Den haben wir gebaut, um ihn zuzumauern. Ja gut, dann müssen wir warten, bis der Meierkalender wieder abgelaufen ist. Genau, dann machen wir ihn erst wieder auf. Jetzt habe ich Zäune vergessen. Nee, ich meine, dann geht die Tür automatisch auf. Also das ist so ein Timer, der... Ja, genau. Nee, zur Wintersonnenwende geht er auf. Und zur Sommersonnenwende geht er unter. Genau. Ja, wenn er aufgeht, muss er auch irgendwo untergehen. Ja, und der Mitarbeiter muss ja irgendwann mal schlafen. Ja, irgendwann. Alter, Alter, komm mal. Du knechtest die Leute so richtig aus. Ja was, wenn du das sagst, muss ich das auch sagen. Ja, warum? Ja, wie jetzt? Ja, das ist mein Spruch halt. Nee, das ist mein Spruch. Ja, deiner auch. Den habe ich irgendwo mal im Radio gesehen. Ich meine, wenn er aufgeht, muss er irgendwo wieder untergehen. Ja. Ja? Ja, ja. Aber wenn es Tau aufgeht, muss er auch irgendwo wieder untergehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Scheiße. Das ist aber. Ja, danke schön. Ich klau dir die Erde. Ist mir doch egal. Ich meine es aber ernst. Alles, was du baust, baue ich wieder ab. Irgendwie ist das Licht ein bisschen hell. Mann, lass das Licht zufrieden. Ja, ist hell. Das hat ihr nichts getan. Ja, zu meinen Augen. Ja. Jetzt müsste ich mal gucken, wie es bei Nacht ist. Dass hier alles spawnen unfähig gemacht wird. Könnten wir ja mal. Hier ist sowieso noch zu dunkel. Das heißt, ich hau hier mal in die Mitte in Gloucetown noch rein. Pam. Ja. Ich gucke hier gerade an dem, hier, BL. Das ist der künstliche Lichtlevel. Das heißt, der darf nicht unter sieben gehen, dann spawnt hier nix. Ach, sieben, hier, sieben, 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 sechs, sieben, sechs, fünf, vier, sechs, sechs, fünf. Fünf, vier, fünf. Naja, bis heute ist da noch nichts gespawnt. Fünf. Hier ist noch ein Lichtlevel Abfall von unter sechs, wo ich hier rumspring. Lichtlevel Abfall. Aua, Aua. Ei. Wo springst du rum? Ja, ich weiß, aber da ist noch nie was gespawnt von daim her. Das ist ja sinnlos. Wenn ich ein Spinnen, Spinnen, Spinnenauge esse. Dann kriegst du Schaden. Hier Schaden, aber ich kriege auch, ähm, Hunger. Zurück. Ein Hunger. Eins. Zwo, drei, vier. Ich glaube, das nimmt man in Kauf, wenn man dann so, ja. Ja. Jawoll, die Silvester-Special-Musik läuft hier gerade. Ja, sag mal. Ja, nee, ist egal. So, hier drüben müssen wir noch mehr. Ja, wie viele Lampen, die wir hier brauchen. Wenn du vielleicht mal irgendwann mal die Musik hörst, die du beim, was war das, 100er-Special gemacht hast, dann musst du auf jeden Fall den Namen aufschreiben. Weißt du, was das war? Äh, Kriege? Klick. Keine Ahnung. Eins. Äh, Klick. Zwo, drei, vier, fünf. Klick. Klick. Kennst du es nicht? Nein. Kennst du nicht den, äh, A-L-D-F-Movie? Kannst du auch da zuschreiben, A-L-D-F, passt. So. Kennst du nicht? Nee. Wieso nicht? A-L-D-F, ja und? Ja, A-L-D-F-Movie. Aber was machst du denn da jetzt? Schauen. Bau auf was und tu auch hier so unkonventionell rumzustehen. Ja, ich bin eigentlich schon längst dabei aufzuhören, aber ja. Jetzt wird ja erst fertig beleuchtet und dann, dann ist es fertig. Ja, dann bin ich dann mal weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber ich muss meinen Inventar noch leeren. Ja, ich muss die Scheiße noch schneiden, ne? Ja, das kann mir doch egal sein. Ist ja nicht mein... Ist ja nicht mein Pissi. Ja, aber ich muss deinen Mist hochladen, ne? Ja, nö, musst du ja nicht. Doch. Ja, nee. Doch. Ja, wer sagt das? Haben wir uns vertraglich drauf geeinigt? Ja, nö, eigentlich auch nicht. Ja, wie jetzt? Was ist das dann hier für einen Vertrag, wo ich unterschrieben habe? Ja, das weiß ich schon nicht, was steht denn da drin? Das steht drin, dass ich deine Videos hochladen muss und du zahlst mir 5,60 Falschgeld dafür. Äh, ja gut, das hat mal eigentlich ja nicht so ausgemacht, aber das 5,60 ging so schon. Falschgeld halt. Nein, jetzt geht ja der Klaus da und nicht, ich glaub's nicht. Falschgeld. Gibt's hier irgendwo noch irgendwo wasse Blumen kommen ja oben hin. Ähm, ach da ist er mein Brot. Gut, 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 gut. Ach ja, das kommt ja woanders dahin, das gehört ja euch. Uns, mein ich natürlich. Ich will's nicht wegschmeißen, ich will's hier reinschmeißen. Na toll, Mann, ey, scheiß Stufen, scheiß Treppen, hier geht gar nix, ey. Und warum ist denn hier eigentlich eine Diamantspilsacke in der Werkzeugkiste? Kann's sein, dass ich die irgendwo aus nem Inventar rausgenommen hab. Von unseren nicht mehr vorhandenen Gästen. Außer vom Party, der Party hat sein Inventar noch, weil der ist vielleicht mal wieder dabei. Äh, Zäune, wo kommen die? Die kommen ja auch hier rein, die kommen halt da rein und Stufen da rein. Und ich geh jetzt weig. So, können eigentlich auf den Stufen hier jetzt Viecher spawnen, oder nicht? Ich glaub nur auf ganzen, ne, ich glaub auch auf so unsoliden Blöcken. Ne, die können ja nicht spawnen. Fockel. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hier irgendwie was Ausleuchtbares hin platzieren soll. Du hast meine Gläser noch in meiner Hand. 1, 2, 3, 4, 5. Oh komm, dann mach mal 6. Bautsch! Oh man. Dass sich der Typ hier immer wehtut. Wau auf! Ich zieh dir gleich die Comments. Ach komm schon, das ist schon witzig. Ich mein, ich find's scheiße. Ach ja, meine Grüßung muss ich an der Weckung. Du hast mein Gleis kaputt gemacht. Dafür musst du jetzt terminiert werden. Warum? Du hast es doch aufgenommen. Platzier's doch wieder rein. Also ich hab's nicht. Ich weiß, wenn wir mal genau gesehen, dass ich ne Glasscheibe abgebaut hat. Außerdem kann man mit Behutsamkeit Glasscheiben abbauen. Deswegen musst du ja terminiert werden, weil du so nicht hast. So, das Gras wächst dann hier noch zu. Da bleib ich dann noch ein bisschen stehen, dass es in der nächsten Aufnahme hier alles schön tutti ist. Und dann können wir mit unseren zigtausend Knochen hier nämlich ein bisschen Knochenmehl produzieren. Und das hier alles dann schön begrünen und mit Gräsern zuwachsen lassen. Mann, was ist denn jetzt hier los? So, hier kann ich leider nix machen mit beleuchtungsmäßig. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. So, weiter werde ich dann nicht ausleuchten, weil der Dschungel, das soll noch so ein bisschen unberührt sein. Nur unser Tempel da hinten, der ist richtig nice. Und dir muss ich dann mal das Bild senden. Erinnere mich mal dran. Was für ein Bild? Ja, ich hab ein Bild für dich. Naja. Von deiner Map. Hä? Aha. Wie ich sehe, ein Schutt und Asche liegt. Naja. Wieso laufe ich jetzt eigentlich hier nachts rum? Bin noch bekloppt. Ich werde bekloppt. Jetzt kommen wir nur in der Höhle. Also jetzt, jetzt mach mal hin. Na was denn? Ich bin jetzt zwei Sekunden fertig. Ja, aber der Strand kann noch belohnen. Mach die Spinne kaputt. Mach mich kaputt. Ich will nicht sterben. Was? Mach mich kaputt. Ja, Spinne. Kommst du nicht hier runter, ha? Ja, du kommst nicht hier runter, ne? Ja, du, ne? Spinne. Pam. Ich hab nichts aufgenommen. Obst, ob die XP immer eingesammelt, ne? Wie geil der Wasserschel, der hier auch aussieht. Sieht schon richtig geil aus. Du musst mal so machen, wo du halb im Wasser stehen stehst. Da siehst du dann, wie der Wasserschel aufgebaut ist. Und wenn du so halb drin stehst, dann siehst du dann so schlieren. Das kannst du jetzt nur, ich glaub, wenn du eine Halbstufe dahin machst. Ne, das ist... Also dann sind da so, siehst du mal so Striche. Ich komm ja nicht mehr raus. Aha, aha, ja. Also gut, fünf Minuten haben wir noch. Dann ist die Stunde voll. Dann kann ich noch die Aufnahme wieder beenden. Warum hast du es eilig jetzt? Ja. Warum? Ja, seit sechs vier Minuten sollte ich eigentlich schon längst Schluss machen, ja. Musst du morgen wieder aufstehen? Wie jeder Mensch, ja. Also, wie jeder Mensch? Ja. Wie jeder Mensch, der jetzt am Dienstag aufstehen muss. Achso. Und ich muss am Dienstag nicht aufstehen, oder was? Ja, weiß ich ja nicht. Ja, ich stehe auch auf, obwohl ich es nicht muss. Ja, wann? Ja, irgendwann halt. Ja, irgendwann. Irgendwann muss der mit dabei ja auch mal schlafen. Ja, nee, aufstehen. Ja, aufstehen muss ich. Was machst du da jetzt? Das ist doch eine Brücke und kein... Ja, ja schon, aber ich muss da ja irgendwas hinbauen, damit ich hier das Ding platzieren kann. Hä? Oha. Was platzieren kannst? Ja, dass ich hier Lichter hinbauen kann. Hä? 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 Ich kann da keine Lichter hinbauen. Hä? Was willst du jetzt? Gib mir mal einen Zaun. Gib mir mal einen Zaun. Ja, ich hab keinen Zaun, da ist ein Zaun. Das macht man dann wohl so. Das sieht aber scheiße aus, wenn das Ding hier im Ding rumschwebt. Da kann ich direkt einen Block hinsetzen. Fertig. Ja, das sieht aber scheiße aus, wenn da Erde ist. Äh, finde ich jetzt nicht. Das ist aber keine Brücke mehr. Das ist einfach nur... ...ein Weg, der über Land geht, wo ab beiden Seiten Wasser ist. Ja, man, in Reha kann man es einfach nicht recht machen. Also dann schwebt es auch nicht in der Mitte rum, dann spawnt da eben was. Aber ich glaub eh nicht, dass aufs Doofen was spawnt. Aufs Doofen. Aufs Deins Doofen. Wieso hab ich jetzt hier Auftrieb? Weil du Auftrieb hast. Weil du da Wasser weggemacht hast. Scheiß Wasser. Raus hier aus dem Scheißwasser. Siehst du, da ist Brühe da. Die sieht nur so klar in Reihen aus, aber da sind lauter Bakterien drin. Aber jetzt kann man das Wasser nicht mehr gerade machen. So, hier ist alles sieben, acht, okay. Wo läuft das Wasser eigentlich hier mal drin? Ich mein... Sel studiert gerade die Psychologie des Wassers. Ja, nee, ich mein, irgendwie muss ja hier das Wasser... Kommst du vom Wasserstamm? Ja, irgendwie muss ja das Wasser wieder gerade sein. Ich muss das jetzt hier mit per Hand abbauen. Weil ich ja eigentlich gedacht hab, wir machen Schluss. Du musst es ja nicht bauen, lass doch das Wasser einfach Wasser sein. So, ich lass dann mein Inventar einfach mal so zugemüllt, wie es jetzt ist. Ja, ich geb dir noch zwei Sachen, oder drei Sachen. Ich hab noch Scheißdreck in mein Inventar jetzt bekommen. Bist du hin, äh... Hier bin ich. Ob bist du hin, äh... Ja, hier bin ich. Ja, wo? Hier hinten an der neuen Brücke. Wie, da war ich noch gerade? Ja, ich bin noch da. Wo willst du denn hin? Ja, brauche ich nicht. Ja, mein Inventar ist aufgeräumt, voll leer. Ja, meins nicht, ist mir aber auch egal. So, dann mit dem Blick auf die Chayana Sisters und auf unsere neuen Freunden hier, da verabschieden wir uns. Warte, die müssen aber in die Richtung gucken, so. Genau, die gucken ja auch in die Richtung und dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Wir haben wieder ordentlich was geschafft. Bede, bede, bade, bade, bumm. Ach ja. Der PC nimmt immer noch auf, übrigens. Was? Der PC nimmt übrigens immer noch auf. Ach, nee. Das ist ja nicht ein anderer jetzt. Ich nehme ja auch nicht auf. Wird ja auch sein können, dass der PC nicht mehr aufnimmt, ne? Nee, es kann ja auch sein, dass ich jetzt einfach ein anderer PC aufgenommen habe. Wo andere PC aufnehme, ich muss doch Prince of Persia weiterspielen und dann wird morgen oder übermorgen vielleicht wieder Prince of Persia kommen. Yeah. Ja, ja. Dass die ganze Scheiße auch mal fertig wird. Ist ja nur Scheiße. Was willst du? Nix, nix. Was? Nix, nix. Ich hab's genau gehört. Ja, ist ja nur Scheiße. Nein. Hast du das gerade selber gesagt? Nein. Diese Scheiße hast du gesagt. Nein. Doch. Nein. Ich sagte nicht zu meinen eigenen Videos, dass sie scheiße sind. Bist du dumm? Der kann doch mal diese Scheiße weitergeben. Ja, das hab ich gesagt, aber ich hab's nicht so gemeint. Ja, das kann mir doch egal sein. Ja, wie jetzt? Ja, ist so. Ja, dann halt nicht. So, aber ich würd sagen, ich mach jetzt Feierabend, bevor der Marcel noch seinen täglichen Arschtritt bekommt. Wie jetzt? Und ab Folge 200 gibt's dann ein kleines Special tagtäglich bei jeder Aufnahme. Keine Ahnung. Genauere Informationen kommen dann noch, Info, Video, bla 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 bla. Naja, egal, was soll's. Ist ja noch eine Weile hin. Ja, das war so über einen Monatwissen das eigentlich. Wie du jetzt da rumstehst, ne? Ja, ich bleib jetzt hier stehen. Und da einfach deine Kommentare reinwirbst. Ich kann ja auch, wenn du trennst und dann steh ich da nicht mehr. Ja, nee. Und dann steht ja mein Klon immer noch rum. Der kann ja mit dir reden. Das ist aber nicht sehr gesprächig. Ja, doch, der redet doch gerade. Ja, nee, ist ja egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt Schluss für heute. So, ich muss mal kurz Audacity aktivieren, dass ich hier alles stoppen kann gleichzeitig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei DecayCaps. Noch eine Frage. Was ist denn jetzt? Wieso soll Audacity die genaue Gleichzeit stoppen wie die Aufnahme? Ja, was ist denn doch nicht? Warte, es könnte ja passieren, dass die Audioaufnahme dann länger ist wie die Videoaufnahme. Ja, das ist doch super. Es ist doch so. Jo. Was willst du jetzt eigentlich so scheißegal? Ja, ich mein... Ja, ja. Ich sag das später. Ja, ja. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ich hab da nur eine Frage gestellt. Alter. Ey, ich muss jetzt ausmachen. Leute, ich bin raus. Ciao, bis zum nächsten Mal. DecayCaps, The Gamer und... 2,5,7. Ja. LP. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heiß, käse, kuchen. Ciao, Leute. Hast du den eigentlich noch? Alter. Ach ja. Das passiert. Die Aufnahme läuft doch. Ich weiß. Ich würde schon hören, wenn du aufhörst. Ich hab das Gehör. Ja. Ja. Aha, ist ja interessant. Überlänge, oder was? Ja, eine Minute. Wo wir jetzt einfach nur hier dumm rumstehen und irgendwas reden. Ja, genau. Das muss es auch geben. Ja. Aber man darf sich jetzt nicht mehr verabschieden. Genau, ich mach das einfach aus. Ja, dann... Ja. Lach- und Sach-Geschichten. Oder ja, Lach- und Käsekuchen-Geschichten. Wie ist denn der iPhone? Warum bist du... Ich bin kein Anzug. Sieht man mich überhaupt noch? Ja, man sieht dich doch. Du bist genau im Augenwinkel. Okay, dann kann ich mich ja nochmal bewegen. Hallo. Hallo. Der PC nimmt übrigens immer noch auf. Ach ja, warte mal. Ich bin ein bisschen staubig hier unten. Oh, Mann. Ja, das war jetzt... 3 Minuten. Let's Käsekuchen-LP mit... ...K-K-K-F-The-Gamer und... Ja, äh... Ich sag auf 7. Genau, geh aus Game-Mode raus, du. Uh, uh. Fliegen. Hey. Geht alles. Super. Du Cheater. Ja, ist das sowieso fertig. So, auf jeden Fall. Du bist abwesend. Alter, jetzt ist... So, jetzt reicht's mir endgültig. Jetzt... Jetzt wird hier alles gelöscht. Jetzt wird hier alles... Alles re-wechrappst. Ich bin zu beherrn. Du bist abwesend. Ja, jetzt ist mir alles scheiße. Ja. Auf jeden Fall, wir verabschieden uns jetzt endgültig aus der Auf... Zum dritten Mal. Ja, zum dritten Mal. Ich hoffe, dass da jetzt überhaupt noch jemand hier zuguckt. Ach ja, das machen wir schon. Ja, gebt einfach mal einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat. Oder hinterlasst mir Kritik, falls sich was... ...besser machen kann. Und wenn nicht, guckt mal bei mir vorbei. Scheiß Schwarzwerbung hier. Alter, da... Ja, jetzt ist... Jetzt ist es vorbei. So, jetzt drück ich hier auf den Knopf und dann... Dann ist schön... Ja, ja. Und dann geh ich mit dem Hund raus. Ja, bis gleich.